Oh, ein feindlicher Wetter sogar. Sehr schön. Pass auf, rechts waren noch Gegner, da rennen sie doch. Da ist ein Schild, Schild voraus! Vorsicht, Passgol! Was ist das für Passgol? Schild, 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 Schild! Schild, 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 Schild! Wenn das so lange dauert, dann treffe wir noch nix damit! Und so verschieben! Ja, das ist die Überstellung! Und schnell das Worte! Und schnell das Worte! Und schnell das Worte! Und dann mal nicht! Nichts, das Worte! Nichts, das Worte! Und dann mal nicht! Das Worte mit 50 Metern! Und dann nicht 20! Ja! Mit dem Auto ist noch ein Gegner! Sind die echt zu blöd dafür? Oder was ist das? Schalt doch mal das Auto aus! Ja! Weiter! Weiter vor rücken! Kommen! Wir rücken weiter vor! Pass auf, hinterm Windrad lungert noch einer rum! Schalt doch mal gut! Schalt doch mal los! Schalt doch mal los! Halt doch mal los! Timm doch nicht! Tocht doch mal los! Timm doch mal los! Gantt aus! Er ist mit 5! Das ist der Schicksal! Der Krieger los, Walter! Walter, spiel mal über die Kreuzung! Jetzt zerstört doch mal einer das Fahrzeug nicht! Walter, Walter, Walter! Kommt doch jemand nach rechts! Mach den Liga! Los! Alter, mal das Fahrzeug ausgehen! Walter! Alter, Charlie! Soxieren! Weiter! Ich will über diese Kreuzung! Guck mal! Auf, Walter, noch nach rechts! Guck mal! Guck mal! Nicht so nah beieinander laufen! Komm rüber, rüber, rüber! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! Guck mal! 15 Meter! Was macht ihr? Mach nur Hude! Verteilt euch! Nicht so ein Knoten bilden hier, verteilen! 20 Meter im Wald! Verteilt! Da drücken wir auch welche rein, auf geht's! Auf geht's los! Auf geht's los! Wiederholen, es kann ich mit München kommen. Ja, wir können ja ganz schnell auf Fox-Rot-Line, falls wir tatsächlich ohne Probleme voran gehen. Da liegt, könnt ihr Hackengas machen, um Fox-Rot einzuholen. Und verbleibt da, wartet auf euch! Auf geht's los! Siehst du überhaupt noch was? Hä? Siehst du überhaupt noch was? Äh, ne! Ich fühl sie gut, trotzdem! Was brauchst du? Soll ich eigentlich Kanonfutter mit holen? Meine Knappe geht nicht mehr! Warte! Was brauchst du? TGR! Gehen die da rein? Gehen die in die TMC? Hier! Ist die voll? Ja! Ich hab auch noch zwei Magazine dabei! Wie viel? Perfekt! Ja! 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 Sehen wir selber nichts mehr! Da brennt was! Da brennt was! Brennt dich! Nein! Ist doch noch was! Alter! Grüner Rauch! Voraus! Elf Uhr! Zurück! Grüner auf elf! Grüner Rauch! Elf Uhr! Passt hinten auf! Ganz da vorne lungert einer rum! Grüner Rauch! Lass ihn erst was ziehen! Wie sieht das aus? Können wir noch weiter? Kommt gut rum an! Ja! Hä? Vor uns sind die Zapper von uns, ne? Ja! Einmal dünner hier! Das Problem! Alles gut! Ja! 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 Wir haben auch von hinten so ein paar Leute hier im Nachschöten von Rot! Ja! 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 Weiß laufend! Ja! Wie ist das denn? Du kannst ja? Ja! Untertitelung des ZDF für funk, 2017